Und der Berliner Testament versteht man eine besondere Form des Ehegattentestaments. Wenn also ein Ehepaar, das Kinder hat, möchte, dass zunächst der andere Ehepartner Alleinerbe wird und die Kinder erst dann erben, wenn der zweite Ehegatte verstirbt, nennt man das klassischerweise Berliner Testament. Berliner Testament übrigens deshalb, weil Berliner Notare um die Jahrhundertwende, also um 1900, das zum ersten Mal standardmäßig verwendet und empfohlen haben. Nach gesetzlicher Erbfolge, wenn die Ehegatten also kein Testament erstellen, wäre es ja so, dass der Ehegatte nur 50 Prozent des Nachlasses erbt und die andere Hälfte an das Kind oder wenn es mehrere Kinder sind, an die Kinder gemeinsam geht. Das möchten aber viele Ehepaare nicht, weil der überlebende Ehegatte abgesichert sein soll, zum Beispiel für Heimkosten oder für Notfälle. Deshalb wollen viele, dass der andere Ehegatte zu 100 Prozent erbt. Das bedeutet allerdings, dass die Kinder oder das Kind beim ersten Erbfall enterbt sind. Das ist die Besonderheit des Berliner Testaments. Das verstehen viele nicht, weil sie sagen, naja gut, es ist ja nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt soll das Kind oder die Kinder ja erben, aber technisch hat ein Kind eben Erbansprüche nach beiden Eltern und wenn die Ehegatten ein Berliner Testament erstellen, ist beim Tod des ersten Elternteils das Kind nun mal enterbt. Technisch kann man ein Berliner Testament in zwei Varianten gestalten, nach sogenannter Einheitslösung und Trennungslösung. Klingt kompliziert, ist es leider auch. Die Einheitslösung bedeutet, dass der überlebende Ehegatte erst mal Vollerbe wird, also völlig unbeschränkt über das ererbte Vermögen seines zuerst verstorbenen Ehepartners verfügen darf. Die Trennungslösung bedeutet, der länger lebende Ehegatte ist erst mal nur Vorerbe und es wird im Berliner Testament schon festgelegt, wer Nacherbe ist, nämlich in der Regel das gemeinsame Kind oder die gemeinsamen Kinder. Wie man ein Berliner Testament in diesen beiden Varianten genau gestaltet, ist wie gesagt etwas kompliziert. Wir haben deshalb ein ganz ausführliches Deep Dive Video zu diesem Thema produziert, das in unserer Videobeschreibung unten verlinkt ist. Wenn Sie sich also für dieses Thema im Detail interessieren, dann besuchen Sie entweder unsere Blogs rechthaber.com oder Cross-Channel Lawyers oder sehen Sie das ausführliche Video zum Thema Alles zum Berliner Testament.